Dankeschön. Meine Damen und Herren, noch immer ist Deutschland im Taumel. Vielen Dank im Vize-Weltmeister-Taumel. Deutschland noch immer im Vize-Weltmeister-Taumel. Zurecht. Aber wir wollen nicht vergessen, die große Politik geht weiter. Unser Kanzler heißt wie? Gerhard Schröder. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben enorm viel Material heute. Gerhard Schröder war gestern hier in Köln, um den Genossen zu sagen, jetzt geht es los, jetzt kommt der Endspurt für die Wahl am 22. September. Frenetischer Jubel, Riesenaufbruchstimmung bei den Genossen hier in Köln. Der Kanzler war eine Stunde da, dann war die Besuchszeit zu Ende. Die Genossen waren so begeistert, sie waren kurz davor zu singen, ein Gerhard Schröder, er gibt noch ein. Was vielleicht schon ein bisschen riskant wäre als Wahlaussage, oder? Und der Kanzler hat gesagt, diese Fußballbegeisterung, dieser Fußballgeist, der muss auch die Partei beflügeln. Das heißt ja im Klartext, ruhig mal Zweiter werden und trotzdem feiern, oder? Haben Sie das gesehen, dieses Foto heute, wo er so dasteht? Was bedeutet, das ist nicht Victory, wie es früher hieß, nein. Er hat die Hände so hochgestreckt, damit sie ihm hier keine Spendenquittung in die Finger stecken konnten. Helmut Zellert and Klingelpilz! Hier, dieses Mikro steht schon bereit, weil nachher vielleicht, wenn wir noch dazu kommen, weil wir haben ein so unglaublich qualitativ hochstehendes und dicht gedrängtes Programm heute. Aber wenn Sie Tierfreund sind, und wer ist das nicht in Deutschland, wenn Sie ein Herz für Tiere haben, wir waren im Wuppertaler Zoo und haben dort süße kleine Tiere gefilmt und beobachtet. Und wenn Sie sich bei Tieren auskennen, eine Dame, ein Herr hier aus dem Publikum, Sie wissen, das ist die Abteilung, ich habe das Geld schon eingesteckt, wo es 50 Euro pro richtige Antwort gibt. Und dafür ist dieses Mikrofon hier, wenn wir noch dazu kommen, denn wir haben Post bekommen vom Kanzler an uns persönlich. Wir haben das Projekt 0406, um die deutsche Fußballnationalmannschaft zur Europameisterschaft und Weltmeister zu führen. Und, 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 meine Damen und Herren, Neues über Gerichtshows. Ab sofort, ab Herbst, 48 Gerichtshows im deutschen Fernsehen. Das Ende der Talkshows. Alle Talkshows hören auf, bis auf Pastor Fliege. Nein. Pastor Fliege macht weiter, wird eines Tages direkt zum jüngsten Gericht, glaube ich, gehen, dort als Vorsitzender. Ansonsten Ende der Talkshows. Oliver Geissen macht weiter. Das ist aber keine Talkshow, das ist ja, das ist ja mehr als eine Talkshow. Stimmt. Und Oliver Geissen ist ja schon im Hauptabendprogramm. Arabella Kiesbauer hört auf, plant aber eine Late-Night-Show. Habe ich heute gelesen. Franklin macht weiter. Franklin macht weiter. Danke, Sven. Franklin macht weiter. Ich hätte es ihm gegeben. Wenn er reagiert hätte, hätte ich ihm gegeben. Jetzt ist es spät. Aber wenn er reagiert hätte, ich hätte ihm das Geld gegeben. Franklin macht weiter. Und wie viel Uhr läuft Franklin? Elf. Morgens. Ja, klar. Die Show heißt Franklin oder Franklin, ich wünsche mir was von dir oder so. Die heißt, du hast ja auch eine Programmzeitschrift, aber ich glaube, sie heißt Franklin. Ja, sie heißt Franklin, natürlich heißt sie Franklin. Und um 12 Uhr läuft danach die Kollegin... Richter, Richter, Vera in Tween. Nein, die... Ach ja, Vera in Tween läuft. Richter, Vera in Tween. Ja, und um 13 Uhr läuft doch... Britt. Britt. Genau, Talk am Mittag. Talk am Mittag. Nee, das ist Vera Talk am Mittag. Vera Talk am Mittag. Und Britt, Britt heißt nicht Talk am Mittag? Nee, das heißt Britt. Britt, einfach Britt. 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 Und dann geht es aber los mit zwei bei Kalvers. Richter, Barbara Salisch, Richter Alexander Holt. Genau. Oder kommt erst Richter Alexander Holt? Nein, erst kommt natürlich Richterin Barbara Salisch, dann kommt Richter Alexander Holt. Dann kommt Quizfeier. Dann kommt Quizfeier. Dann kommt 17.30. Wahnsinn, dann kommt... Ja, geht es dann so weiter. Blitz. Dann kommt... Blitz. 18 Uhr, Blitz. 18.30. Das neue Infotainment Boulevard Schocker Magazin. Und RTL bringt drei Gerichtshows hintereinander ab September. Bärbel Schäfer hört auf, geht, glaube ich, zum ZDF mit einer Gerichtshow. Ich finde, es ist so einfach, als Gerichtshow Erfolg zu haben. Auch wir müssen umdenken, meine Damen und Herren. Auch heute habe ich wieder eine Minderjährige zum Verhör bestellt. Nein, sie ist nicht minderjährig. Sie ist 20 und sie ist seit langem im Showgeschäft, denn sie moderiert seit Mai eine eigene Sendung bei Viva. Genau. Ist das richtig? Mai. Ich glaube schon. Mai, Juni, Juli, acht Wochen im Geschäft, heute bei uns. Ja. Ja, zu Recht. Sie ist toll. Super. Und sie hat eine Überraschung, das werden sie nicht für möglich halten. Wenn sie sie sehen nachher. Wie heißt ihre Sendung? Neuigkeiten. Ja. Neuigkeiten. Läuft um 17 Uhr. Ja. Da sind die Gerichtshows zu Ende. Ja. Um 17 Uhr. Heute ist zum ersten Mal bei uns unsere blutjunge, ungeschändete Kollegin. Als Richter muss ich auf dieses Vokabular eingehen. Das Tolle ist ja, diese Richtershows kann man ja mit dem Personal der Talkshows unmittelbar weitermachen. Bisher war es ja, du bist meine Mutter, ich schlage dir die Fresse ein, als Thema zum Beispiel. So, und jetzt wird einfach bei Richter Gnadenlos sofort dieser Fall dann weiterverhandelt. Du gehst sozusagen bei Vera zur Tür raus und bei Richter Salisch zur Tür rein. Sie waren gerade in der Talkshow, das gibt es schon mal drei Jahre auf Bewährung. Und vielleicht sollte ich noch einen Talar in Zukunft tragen. Um dem Ganzen zu einer Seriosität. Denn ich bin auf der einen Seite die letzte Richtershow des Abends und die erste des Morgens. Denn wir gehen ja bis in den neuen Morgen rein. Genau. Ja. Heute Abend bei uns unsere großartige, zauberhafte, charmante, blutjunge Kollegin von Viva Jelena. Jelena. Rudi Völler, unser Liebling des Monats. Er bauscht sich etwas, weil sie die Sendung im letzten Monat nicht sehen konnten. Da waren die garantiert super sauberen Bio-Eier Liebling des Monats. Und es ist Tradition, dass immer ein Liebling auf den anderen geklebt wird. Klar. Das hat so Tradition. Wir haben vielleicht heute bei Ihnen den Gedankenanstoß geliefert, woher wisst ihr das eigentlich alles mit diesen Richtershows und so weiter? Warum? Weil wir modern sind, weil wir zeitgemäß sind, weil wir hip sind, weil wir up-to-date sind. Wir sind den ganzen Tag im Internet unterwegs. Wir segeln da, wir surfen. Surfen. Wir surfen den ganzen Tag im Internet. Wir surfen den ganzen Tag im Internet. Ja, krieg dich doch wieder ein. Da verspricht man Sie einmal über diese ganzen teuren Witze, die geschrieben werden, keine Reaktion. Jetzt schmeiß ich weg. Übrigens, unser Gast heute spricht Kroatisch. Ich weiß, und Slowenisch. Sprichst du auch Slowenisch? Nee, aber mein Dialekt ähnelt dem Slowenischen. Und ich höre, Sie sagt, Slowenen und Kroaten verhalten sich zueinander wie Deutsche und Holländer. Ist das so? Das wusste ich auch noch nicht. Das ist nicht so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht nur bei diesen blutjungen Dingern. Ich werde Sie nachher befragen. Susanna ist auch noch blutjung. Bitte? Ist Susanna nicht blutjung? Na klar. Susanna ist jung. Blutjung ist was anderes. Das rätseln viele zu Hause, wie alt Susanna ist. Es wird aber selten Susanna gesagt. Ich höre es immer in Umschreibungen. Bitte? Die Frau mit den Karten. Das Mädel, dass die die Zeichen gibt. Und am häufigsten, aber das kann ich nicht sagen. Sagst du es mir denn mal? Vielleicht nicht jetzt, sondern ein anderes Mal? Nein, das wäre zu... Nein, es ist nett, aber es hat doch eindeutig zumindest erotische Tendenzen in der Formulierung. Aha, okay. Häufig mittels eines Begriffs aus dem Wintersport. Es ist nicht Ski, es ist nicht Bob. Ich sage dir es bei anderer Gelegenheit. Okay. Aber unter Zeugen. Okay. Um mich nicht dem Vorwurf der, wie nennt man das, sexuellen Belästigung von Mitarbeiter auszusetzen. Ja, der verbalen sexuellen Belästigung. Weder belästige ich Mitarbeiter sexuell, noch werde ich sexuell belästigt. Leider. So, meine Damen und Herren. Ja, weil viele eigentlich fragen, wie wird man eigentlich sowas wie Herr Andrack? Durch fantastische Ausbildung. Durch das Sat.1-Showbusiness-Seminar. Absolut. So, wir haben Post bekommen von unserem Bundeskanzler, das ist toll. Er hat bei all den vielen Reisen, die er machen muss, noch Zeit uns zu schreiben. Nicht nur uns, er hat seinem ganzen Volk geschrieben. Sie können das, wenn Sie auch so hip sind, wie wir unter www.bundeskanzler.de lesen. Ein offener Brief, und zwar zum Thema PISA-Studie. Sie wissen, wir sind ein sympathisches Volk von Volltrotteln, das Vizeweltmeister geworden ist, aber jetzt reicht es dem Kanzler, er möchte nicht länger Chef von Deppen sein. Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Und er hat einen Brief geschrieben, selber. Klar. Er saß abends in seinem Kanzlerbüro und sagt, jetzt schreibe ich an mein Volk. Ja. Hang, hang, hang. Jetzt schreibe ich an mein Volk, was schreibe ich ihm? Liebes Volk. Neuer Zettel, ja. Und zwar, das ist das Tolle, oft sind unsere Politiker so pauschal, oft sprechen sie wolkig. Selten habe ich so etwas Konkretes gelesen wie diesen Brief. Genau. Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Ergebnisse der internationalen Schulvergleichsstudie PISA sind seit einiger Zeit in aller Munde. Uns allen hat PISA klar gemacht, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Das ist mal ein Satz. Ja, eben. Ja, das ist doch mal ein Satz. Uns allen hat PISA klar gemacht, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Natürlich nicht. Nein. Bravo. Eben. Da muss geändert werden. Jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Ich kürze ab. Jetzt kommt ein toller Satz, den hat er auch extra abgesetzt in seinem. Da hat er mit der Hochtaste um seinen Computer, tickt weiter. Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, Deutschland in zehn Jahren wieder an die Spitze der Bildungsnationen zu führen. Das hat mich ein bisschen irritiert. Warum? 22. September. Ja, das ist ja so, wie wenn Berti Furczak 2006 mache ich Weltmeister in Deutschland. Ja, aber die Bundesregierung hat er nicht auch für alle zukünftigen mitgesprochen? Er kann doch nicht für die künftige, vielleicht ist er auch Chef einer künftigen Bundesregierung ohne seine Partei oder wie oder was. Ach so. Die Bundesregierung will es auf den Weg bringen oder so, aber das scheint ja, Gott sei Dank, er macht zehn Jahre lang weiter. Wir müssen dafür sorgen, dass jedes Kind die gleichen Chancen bekommt, seine Talente und Begabungen zu entfalten und zwar unabhängig von seinem Wohnort und seiner sozialen Herkunft. Das habe ich aus Nürtingen erfahren, Köhler Hütte, ja, wir haben ja teilweise reisig von den Zweigen genagt in den schlechten Zeiten. Jetzt kommt es. Es ist doch ein Armutszeugnis, das im Land der Dichter und Denker, wieso schreibt er das in Anführungszeichen? Das ist so, wie wenn wir sagen, der Fraktionsvorsitzende oder so. Peter Struck hat eine Rede gehalten, ja? Wir sind das Land der Dichter und Denker. Ja, klar. Brecht. Goethe. Goethe. Grass. Grass. Böll. Schiller. Schiller. Lessing. Fontane. Kant. Fontane. Das sind ja nur die Denker, jetzt erst mal die Dichter. Ja, Nietzsche. 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 Hegel. Hegel. Hölderlin. Humboldt. Wer? Humboldt. Humboldt, die Brüder Humboldt haben nicht nur die Welt entdeckt, sondern auch Universitäten gebaut nebenher. So. Es ist doch ein Armutszeugnis, dass nur jeder zehnte Schüler in der Lage ist, schwierige Texte zu verstehen. Das ist richtig. Aber was ist ein schwieriger Text? Und woher weiß er, dass es jeder zehnte Schüler ist? Weil das in der PISA-Studie steht. Das wurde herausgefunden. Ja. Durchzählen bitte. Was ist ein schwieriger Text? Der ist nicht schwierig, den versteht jeder. Nö, nö, nö. Der ist aber auch ans Volk gerichtet. So. Wieso da einige Bundesländer immer noch glauben, sie hätten Anlass zu triumphieren, obwohl auch ihnen kein gutes Zeugnis geschrieben wurde? Und das begreife ich nicht. Muss man nicht begreifen, ist aber so. Eben. Ich bin sicher, deutsche Schulkinder sind nicht dümmer oder lernunwilliger als finnische, schwedische oder kanadische. Aber offensichtlich versagt das deutsche Schulsystem dabei, jeden Schülerin und jeden Schüler zu fördern. Und jetzt steht es hier, die Schule in Deutschland insgesamt wieder nach vorne zu bringen, wird uns nicht gelingen, wenn wir weiterhin eine saarländische, eine hessische, eine mecklenburgische oder eine bremische Mathematik lehren. Genau. Das sind ja völlig unterschiedliche Mathematikarten. Ja, eben. Die Kinder in Hessen lernen zwei und zwei sind vier Bämbel. Ja? Ja? In Mecklenburg hat man überhaupt nur sechs Zahlen. Den Rest hat Stolpe mitgenommen. Nein, das war ja Brandenburg. Das war Brandenburg. Brandenburg. Wie heißt der, wer heißt der Ministerpräsident von Mecklenburg? Na, 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 na. Wie? Ringsdorf. Harald Ringsdorf. Heißt der Harald Ringsdorf? Ja. Und wo ist der, wo der eine abgelöst wurde, der Softie, auf dem Gerd zu sauer war, wo war das? Das war Sachsen-Anhalt. Ja, ja, klar. Ja. War das wirklich Sachsen-Anhalt? Das war doch letzte Wahl. Ja, wie heißt der? Böhmert. Ist das richtig? Harald Ringsdorf, Mecklenburg-Vorpommern. Ist Schwerin? Ja. Mecklenburg-Vorpommern liegt an der Ostseeküste. Ja. Kommen Sie aus Mecklenburg-Vorpommern? Nein. Wo kommen Sie her? Ich komme aus Sachsen-Anhalt. 50 Euro! Ja! Herzlichen Glückwunnen. 50 Euro. Danke. Sie haben gerade Abitur gemacht? Ja. Welche Leistungskurse? Leistungskurse Mathematik und Biologie. Ja. Da habe ich mit 13 in Mathe und 14 in Bio. Ah, wirklich? Ja, ja. Grundkurs Deutsch. Ja. Was wurde da so gefragt? Ich habe mich beschäftigt mit einem Gedicht von Friedrich Schiller. Schiller! Meine Heimat! Welches Gedicht ist das? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich bringe Ihnen gleich mal den Brief vom Kanzler, ne? Sie wissen es jetzt schon nicht mehr. Es ist schon ein Monat her, dass ich gestiegen habe. Wie lang? Einen Monat schon. Und das ist schon alles weg? Ja. Was machen Sie jetzt beruflich? Ich fange im Oktober Jura an. Aha. Haben Sie schon eine Samtschleife? Für die Haare? Ja, natürlich. Habe ich mir bei Barbara Salisch ausgelegt. Ja, die hat aber keine, weil die hat ja Ari Kurz. Ja, aber vorher. Das Richter Holt mit der Samtschleife. So. Viel Erfolg und wir sehen Sie sicher bald bei RTL in einer Gerichtshow. Ja? Und durchhaltender Studium. So. Hier, Sachsen-Anhalt. Und toll ist der Schluss des Briefs des Kanzlers. Ja? Die Schule soll ja auch ein Ort sein. Das ist eine tolle Formulierung, finde ich. Die Schule soll ja auch ein Ort sein. Wie meint er das? Ist das im Sinn von, die Schule soll ja auch ein Ort sein? Also wir alle wünschen uns doch, dass die Schule ein Ort ist oder so. Wie man sagt, in Italien soll ja schönes Wetter sein. Also ich höre, die Schule soll auch ein Ort sein. Das ist ein Wunsch, das ist ein Wunsch. Das ist ein Wunsch. Ja. Nicht so, ich habe mal gehört, also die Schule soll ja auch ein Ort sein, an dem die Kinder ihre Begabung und Gravität entfallen. Nein, das nicht. Ich glaube nicht, nein. Die Schule soll, ein bisschen Hannover-esk in der Formulierung. Sollte eigentlich. Ja, die Schule soll ja, also die Schule soll auch ein Ort sein, sagen wir mal Struck, die Schule ist doch ein Ort, oder? Ist Schule das nicht mit den Türen, wo man reingeht, mit dem Heft rauskommt? Das ist Schule, ja. So, schreibe mal auf Schule. Kreativität. Wo sie ihre Persönlichkeit herausbilden und stärken, wo sie in sportlichen, künstlerischen und sozialen Aktivitäten Anerkennung füge. Dafür brauchen unsere Schulen und die Lehrerinnen und Lehrer starke Partnerschaften mit den Eltern und mit Vereinen und Institutionen in der Nachbarschaft. Letzter Satz des Kanzlerbriefs. Unterstützen wir Sie darin? Jawohl. Eine klare Anforderung. Unterstützen wir Sie darin? Worin? Ja, um das alles umzusetzen. Na, natürlich, um das alles mal umzusetzen. Ist auch eine tolle Sache. Denn vorne fängt es ja an, das lernen wir im Aufsatz, Klammer bilden, ja? Einleitung und Schluss, fassen wir mal zusammen. So wie bisher kann es nicht weitergehen, unterstützen wir Sie darin. Klar. Freundschaft. Jetzt geht's los. Wir sind auf einem guten Weg. Na eben. Hier, Uschi, wie war Ihr Name? Ich bin Katharina. Katharina. Katharina aus Sachsen-Anhalt, Jurastudium. Du hast Theaterwissenschaft studiert. Ja eben. Germanistik. Genau, Kunstgeschichte. Was? Kunstgeschichte. Und Kunstgeschichte. Drei Studien. Drei Studien. Das sind ja... So. Jetzt. Allerdings, lieber sehr verehrter, hochgeschätzter Bundeskanzler, im Hip-Zeitalter, wo die Coolen und die Leute, die up-to-date sind und sich gerade die neue Stones gekauft haben, SPD wählen. Ihre Homepage ist nicht ganz aktuell. Wir schauen täglich rein, Herr Bundeskanzler und zeig es bitte unserem Volk, also in meinem Volk des Kanzlers. Wenn wir auf Kanzler unterwegs gehen, eine schöne Rubrik, da sehen wir die Städte, in denen der Kanzler kürzlich war. Jetzt frage ich Sie, meine Damen und Herren, wo war das WM-Finale? In Yokohama. War der Kanzler da? Ja. Ja. Wie lange ist das her? 48 Stunden. Nein, drei Tage mittlerweile. Nicht drin. Wo war er vorher? In den Rocky Mountains. Um Befehle von George Bush entgegenzunehmen, unter dem Tarnbegriff G7-Gipfel, ist das drin? Nein, das war in Kananaskis. Kananaskis, in der Name von Calgary. Ja. Schöne Gegend, standen Sie alle vor den Rocky Mountains, er hat den Hut nicht aufgesetzt, auch nicht drin. Nee. Das muss aber schon sein, das ist die Homepage unseres Kanzlers, weil wir gehen täglich drei bis vier Mal auf diese Seite und es muss aktualisiert werden. Da stehen Uralttermine drin. Zum Beispiel? Zum Beispiel Okinawa, 21. Juli 2000, Gipfeltreffen auf Okinawa. Da waren ja mittlerweile schon viele Gipfeltreffen. Ja, zum Thema Ausbildung, Weiterbildung, Grundrecht auf Bildung. PISA. Eben. Aber das ist gut, dass ich da persönlich drum höre, da kann auch nichts mehr schief gehen. Ja, genau. Das habe ich im Gefühl. So, dann meine Damen und Herren, auf unserer Homepage gibt es etwas Neues, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen Flohmarkt eröffnet. Das zum Beispiel unsere Kologin Isabel und es kann nicht ersteigert werden, sondern Sie können es direkt kaufen. Ja, genau. Ich kann mal ein Beispiel geben, also das ist jetzt hier Corinna. Ja. Corinna stellt dieses, Moment, muss ich mal, Shirt, Crazy Shirt von Custo Barcelona. Ist das ein Designer? Ja, wohl, Custo, ist wohl was Dolles. Custo in Größe M. In Größe M, wohl noch nicht getragen. Ja. Und ist hier, guck mal, hier ist noch das Schildchen dran. Da kann man es sehen. Da ist noch das Schildchen dran. Und das alles für 45 Euro. Also es ist jetzt nicht, wer den höchsten Preis zahlt, sondern wer die 45 Euro zahlt, mailt, hat es. Ja. Ja. Toll. Was gibt es noch? Es gibt noch hier, Isabel, die Handtasche und die Schlappen will sie los. Zum Hammerpreis von 3 Euro. Von 3 Euro. Kann man nichts sagen. Absolut. Ja. Die Handtasche schon 45 Euro. Gut, aber das ist ja auch ein bisschen aufwendiger. Klar. Das ist Kiyoko. Kiyoko. Bekannt von unserem WM-Tipp. Ja. Diesen Tretroller für Erwachsene für 35 Euro. Ja. Ist auch was Schönes. Dann haben wir hier Marco, das ist ein Sammlerstück aus dem Museum für Modern Art, ein Kalender. Ja. Für 35 Euro. Ja. Dann haben wir hier, Moment, ups, jetzt geht es nicht weiter. Hier Nina mit einer Hose und Schuhen. Scharfe Träter von... Ja, und hier Steffi ist ein Buddy von Steffi in Größe 40. Getragen oder nicht getragen? Nö, nicht ganz neu, aber schick steht. Was heißt nicht ganz neu? Was heißt nicht ganz neu? Ja, wahrscheinlich gebraucht. Aber gewaschen. Hanro. Gewaschen. Ja, bestimmt. Deswegen billiger. Also, ja. In Japan gibt es Automaten, wo... Ich weiß, ich weiß. Eben. Deswegen mal ins Klassenbuch eintragen, oder? Sonst vergisst man das wieder. Ja, genau. Antoine ist wieder da. Braun gebrannt. Surf, Kurzurlaub. Niemand krank. Xenia? Doch, Nina ist krank. Nina krank. Die hier gerade verkaufen wollte? Ja, Schuhe und eine Hose. Schuhe. Ja. Krank. Nina krank. Ernsthaft oder? Nö. Sonst wäre sie ja hier. Ab welchem Stadium, welcher Krankheit bleiben eigentlich Mitarbeiter weg? Ja, das ist ja bei Helmut. Helmut hatte also nur gestern tierische Schmerzen. Das muss man sagen. Und heute auch. Aber er hat... Wie heißt das Mittel, das dich besänftigt? Ibuprofen. Betäubt ihn nur der Schmerz oder macht auch gute Laune. Ah, toll. Thema heute, Kanzler greift durch. Das sagt alles. So, Sie haben sich vielleicht schon gefragt, wenn ein toller Spielfilm läuft, zum Beispiel die Nonne mit der Kettensäge oder so, wer denkt sich an solchen tollen Titel aus? Das sind Kreativ, Consulting, Executives und mindestens elf Visitenkarten. Und das Wichtige ist, dass sich solche Titel schützen lassen. Immer wieder fragen wir uns Damen und Herren, wie können wir eigentlich mal vom großen Kuchen, der im Fernsehen verteilt wird, etwas abbekommen? Sie können sich Titel ausdenken und die lassen sich schützen. Und es gibt ein Branchenfachblatt, das heißt Cress Report, in der meine Homepage. Wie ist die? www.cress.de. Ja. Und da ist jeden Tag der Titelschutzanzeiger aufgeführt und wir können das mal zeigen. Genau. Der Titelschutzanzeiger und Sie werden auch sehen, es sind vorwiegend Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die sich dort die Titel schützen lassen, weil das sind natürlich die Profis. Das ist Neues aus dem Titelschutzanzeiger. Also zum Beispiel die Sendung Heimat TV, geschützt von Rechtsanwalt Holzports, Kanzler Höhing aus Dienstlaken. Das ist wahrscheinlich eine Volksmusik-Sendung oder man irgendwie Gunter Emmerlich in barocken Gemäuern. Genau. Und so, wer also jetzt eine Sendung Heimat TV weltweit machen möchte, muss bei Rechtsanwalt Holzports anrufen und fragen, ob er den Titel haben kann. Ebenfalls geschützt der Titel Stille Nacht in Stalingrad. Ja. Von der Firma Broadview TV, Köln. Was ist Stille Nacht in Stalingrad? Ist es Comedy? Ist es eine Weihnachtssendung? Ein Drama, ein Melodram, so ein TV-Movie, Schicksalsdrama. Ja. Es könnte auch, es spielt mit Sicherheit an Weihnachten, weil es ist dieses Lied, Stille Nacht, Heilige Nacht. Hannes Jänecke als Soldat. Als Soldat. Ja. Veronika Ferres als russische Doppelagentin. Ja. Elke Sommer als Mutter des Soldaten zu Hause. Zu Hause. Genau. Genau. Und Armin Müller-Stahl als General Paulus. Ja. Und Schauspielschüler der Ernst-Busch-Schule als Langlauf-Skier, die abgeworfen werden. Über dem Kessel. Also Stille Nacht in Stalingrad ist ein Titel, den Film würde ich mir zum Beispiel anschauen. Na klar. Oder? Ja. Das geht zu Herz, ohne politisch irgendwie zu kleistern. Oder? Würdest du auch sagen? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Schocker-Movie. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Terra Fantastica. Sag die Wahrheit. Ja. Das gibt's doch schon eigentlich, oder? Das gibt's doch schon als Fernsehsendung. Sag die Wahrheit kommt mir auch bekannt vor, ja. Ja. Das war so ein Quiz. Hier, was ist das mit Wochenschau? Das Anwaltssozietät Hertin aus Berlin. Die höhnende Wochenschau. Oh, oh, Achtung, Comedy. ZDF-Comedy. Ja, ZDF-Comedy. ZDF-Comedy mit Ralf Morgenstern und irgendeiner kultigen Ultnudel. Ja. Ja. Denn die höhnende Wochenschau, meine Damen und Herren, das ist nun wirklich was für Feinschmecker, dieser Titel, ja. Dazu muss man schon mal wissen, dass es die tönende Wochenschau gibt. Und die lief ja nicht direkt 1992, sondern die lief, sagen wir mal, 1950 oder so. Da hat der Sprecher noch ein bisschen diese Stimme gehabt, aber da kommen sie. Die kleinen Badenächsen in den frischen Badeanzögen. Immer früher im Kino, wo man sagt, die Zeit ist vorbei, aber der Sprecher hat einfach noch den Ton drauf. Klar, ja. Autorinnen auf dem Nürburgring, 200.000 Heimkehrer waren begeistert, Benzin in den Wagen. Das war die Wochenschau. So. Das ist die tönende Wochenschau. Die tönende Wochenschau. Und das hier. Und das ist die höhnende Wochenschau. Ja. Das heißt, es scheint sich um ein Format zu handeln, was eine 40 Jahre alte Kinosendung parodiert und durchaus kritisch umgeht. Es scheinen unbequeme Querdenker am Werk zu sein, die höhnisch werden. Und das wird natürlich schwierig beim ZDF, weil ich kann mir vorstellen, dass 48 ZDF-Redakteure sagen, lass uns nochmal über den Titel nachdenken. Ja. Ist höhnend gut. Also wenn ich meiner Mutter sage, höhnend, sagt sie, nee, das will ich nicht sehen. Höhnisch, das mag ich nicht. Heinz Höhnisch, ja. Ja. Aber höhnisch, das ist irgendwie negativ. Lass uns doch irgendwie die nicht ganz ernst gemeinte Wochenschau oder so. Aber das ist kein schlechter Titel. Aber das ist das super Wortspiel weg. Das ist ein tolles Wortspiel, brandaktuell die höhnende Wochenschau. Sat.1 hat den Titel schützen lassen, die Hinterbänkler. Ja. Das ist die Selbstreferentialität des Mediums. Ich glaube aber... Ein Livebericht aus der Sendezentrale, oder was ist das? Harald. Nein, ich glaube sogar, ich weiß, wer da mitspielt. Nein. Wer? Sensationell. Jochen Busse geht ja zu Sat.1. Ja! Nein! Ja, doch. Jochen Busse geht... Ja! Ja! Was macht er denn da? Ja, er macht genau... Geht denn nur hin oder dreht er auch was? Ja. Jochen Busse, bei Sat.1. Ich glaube, das startet am 17. August, ist eine Politkomödie, passend zur Bundestagswahl. Zur Bundestagswahl? Genau, und beschäftigt sich eben mit den Bundestagshinterbänklern. Ich muss zur Sitzung, ich habe so ein Durst, ich mache einen Weinenbrand auf und so. Das ist die Hinterbänkler. Ja. Und dann gibt es noch einen tollen Titel, das ist auch ganz toll, Deutschland hat Geschmack. Schauen Sie, das vermittelt sich vor allem beim Hören toll. Dieses CMA großgeschrieben, ja? Das ist irgendwie, scheint für ein Printmedium zu sein, oder? Nee, ist CMA nicht diese Interessensgemeinschaft, Lobby für super Lebensmittel? Ah! Das könnte eine Dauerwerbung sein. Das vermittelt sich ja knapp. Deutschland hat Geschmack mit CMA großgeschrieben. Ja. ProSieben hat die Titel Kein Mann für eine Nummer angemeldet. Und Santa Claudia. Sicher eine Non-Movie, oder? Aber, ZDF die Welt entdecken. Das ist ZDF die Welt entdecken, Rechtsanwältin aus Tuzing. Ist das nicht die neue Show von Gottschalk? Folge 1, es gibt Telefon, oder? Bitte? Das ist die neue Show von Gottschalk, oder? Was denn? Wo Gottschalk durch die USA reist, ist das nicht... Das heißt die Welt entdecken? Weiß ich nicht, könnte doch sein. Könnte sein. Wäre aber fast ein bisschen flippig für so eine Sendung, oder? Der Titel. Und schauen Sie bitte, was PA heißt, das Patentanwalt. Ja. Patentanwälte... Freischem, Freischem, Köln. Reischel aus Köln. Patentanwälte Freischem aus Köln haben den Titel sich schützen lassen, Wie viel Franz steckt in Rudi? Reischel hier, ich wollte mal einen Titel anmelden. Wie viel Franz steckt in Rudi? Tschö. Das wird eine Sport-Comedy, oder? Klar. Ja. So. Die Höhnende Wochenshow. Da freue ich mich drauf. Das wird sicher im ZDF laufen. Samstag, 16 Uhr. Klar. Wir werden gespannt sein. Die Höhnende Wochenshow. Mit so 60-jährigen Boulevard-Schauspielern aus Berlin als Punker. Tag hier, na hör mal. Hast du meine Mark? So brandaktuell vom Slogan, vom Jargon her. Hör mal, alter, ey, der Kieks, der war mit so einer Kette hier und so einem rosa Kamm. Wow. Unter Umständen live, wenn die Texte nicht zu scharf sind. Man will immer noch die Möglichkeit haben, etwas zu schneiden. Genau. So, jetzt kommen wir zu unserem Projekt 04, meine Damen und Herren, 04, 06, das großartige Projekt, mit dem wir unsere deutsche Nationalmannschaft beim Titelgewinn der Europameisterschaft in Portugal und im eigenen Land unterstützen. Heute noch immer ohne Musik, denn Helmut braucht er heute... Ich habe es nicht geschafft. Ich musste mich noch ein bisschen erholen. Ich kann immer noch nicht richtig singen. Ich wollte das so mit viel Gesang machen, aber... Nee, klar. Also ich bitte dich, jeder andere hätte sich krank gemeldet. Mit diesen... Wie heißt das Mittel? Äh, Ibuprofen. Übrigens 600 Milligramm nehme ich. Da habe ich eben mal nachgeguckt. Das scheint schon die richtige Hauptdosis so zu sein. 600 Milligramm? Übrigens, das heißt Ibuprofen. Nur der Wirkstoff ist Ibuprofen. Ah, 600 Milligramm? 600 Milligramm haut rein. Nee, also deswegen war Helmut leider noch nicht in der Lage, aber... Also da käme jetzt Musik von mir eigentlich. Na klar, Helmut. 600 Milligramm. Boah. Ja, vielleicht morgen. Bitte? Ich versuch's für morgen. Naja, klar. Anreden, sich da krank schreien lassen. Eben. Ja. Deswegen heute noch ohne Musik. Unsere Aktion 0406. Für Sie wichtig zu wissen, welche Spiele stehen für unsere Fußballnationalmannschaft noch bevor in diesem Jahr. Es geht los am 21. August. Das ist ja wenige Stunden vor der Premiere von die Hinterpänkler mit Jochen Busse in Sat.1. Nee, das ist genau dazwischen. Also am 17. August läuft die erste Folge, 24. August die zweite Folge. Fantastisch. Da wäre die Woche ja auch schon wieder gerettet. Genau. Das Freundschaftsspiel Bulgarien gegen Deutschland. Wichtig? Ja, super wichtig. Extrem gut getimt vom DFB, weil nach der neuen FIFA-Weltrangliste Bulgarien auf Platz 54 steht. Und auf Platz 53, genau ein Platz vor Bulgarien, steht Island, unser Europameisterschaftsqualifikationsgegner. Und auf Nummer 55 steht Bertis Schotten, auch unser Europameisterschaftsqualifikationsgegner. Man hat also geschickt genau die Mannschaft zwischen diesen beiden Gegnern genommen, um zu testen, wie stark sind Mannschaften dieses Kalibers. Weil diese Mannschaften auf den Plätzen 53 bis 55 gehen taktisch ähnlich an ihre Aufgaben ran. Ja, ja, ja. Sehr gut. Dann eine lange Zeit, aber Gott sei Dank am 7. September kommt schon das nächste Spiel. EM-Qualifikation das erste Spiel in Litauen. Ja. Im Corinna May-Stadion von Litauen. In Kaunas, in Kaunas. Ein klarer 4 zu 0 Sieg. Ist da fällig? Na klar. Gibt überhaupt keinen Zweifel. Dann Bosnien gegen Herzegowina. Nein. Ah nein, Bosnien-Herzegowina gegen Deutschland. Das gibt's doch diesen alten Kaun-Ka-Witz. Gehen Sie morgen mit zum Fußball? Wer spielt? Österreich-Ungarn. Gegen wen? Für die Älteren. Die Höhen der Wochenschau. Da wären Sie froh, wenn Sie sowas hätten. Na klar. Als Einstiegs-Gag. Ja. Bosnien-Herzegowina. Ist das wichtig? Na, ist extrem wichtig mal zu testen, wie das ist, in Sarajevo zu spielen. Ist es in Sarajevo? Ist in Sarajevo, ja. Wo ja immerhin schon mal die Olympischen Winterspiele waren. Klar. Dann am 16. Oktober zweites Qualifikationsspiel Deutschland gegen die Faröer-Inseln in Gelsenkirchen. Ich denke in Hannover. Steht da nicht Hannover? Hier steht in Gelsenkirchen. Ach so. Aber vielleicht auch verrutscht. Ja, eben. Ja, also hier steht Bosnien-Herzegowina. Heimspiel Bosnien-Herzegowina in Hannover. Das kann doch nicht sein, oder? Ich hab das so verstanden, dass das Spiel in Hannover ist und das nächste Spiel in Gelsenkirchen. Nein, nein, entschuldige mal, es ist verrutscht. Sarajevo. Sarajevo steht aber hier beim Heimspiel Litauen. Ja. Ja, aber das liest du jetzt falsch. Ich würde lieber mal unsere Mitarbeiter hier politisch überprüfen, die sowas tippen. Das sind doch Gründe, warum man sich wieder entschuldigen muss und zurücktreten und so weiter. Da lese ich hier eine Liste vor. Das sieht doch aus wie... Aber das Heimspiel in Litauen ist doch nicht in Hannover. Nein, das Heimspiel in Litauen ist auf meinem Zettel hier in Sarajevo angesetzt. Nein, du liest das falsch. Ja, wieso denn? Das ist eine... Ach so, das gehört zu Freundschaftsspielen. Ja, eben. Ja, aber was sind das denn für Kürzel? Z-D-F-A-R. Das ist, wo das übertragen wird. ZDF und ARD sind Sender. Ist das irgendwie Windows 1820? Was ist das für ein Programm? Das ahnt doch kein Mensch. Für mich heißt das Zweitausstrahlung Free-TV oder sowas. Unglaublich. Man will mir Fallen stellen mit diesem Zettel. Die Höhnende-Wochen-Show. Versteckte Kamera. Das letzte Spiel noch. So, das letzte Spiel ist ganz wichtig. Ein wichtiges Freundschaftsspiel. Deutschland gegen Niederlande in Gelsenkirchen. Das stimmt jetzt. Ganz genau. Ja. Tolles Spiel. Ja. Es geht um nichts. Genau. Fantastisch. Man ist begeistert. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute auf unsere boomenden Aktienmärkte eine bärenweiße. Ja. Auf unsere boomende Aktienmärkte. Ja. Ja. Hast du Aktien? Bist du noch drin? Ich habe sie ganz vergessen. Ja, ich kann euch jetzt nicht verkaufen. Hast du nicht mal irgendwie neulich so eine Volksaktie gekauft, wo du gesagt hast, wohin soll die denn noch fallen? Eine junge Kollegin heute Abend zum ersten Mal bei uns zu Gast moderiert seit wenigen Monaten bei Viva. Herzlich Willkommen, Jelena. So, jetzt möchte ich das erstmal aufklären, wie das ist mit deiner Herkunft. Du bist, wo bist du geboren? In Griesenkirchen. Das heißt, du bist Deutsche. Ja, ohne Wenn und Aber. Deutscher Pass, hier geboren, aber deine Eltern kommen aus Slowenien und Kroatien. Genau, meine Mama kommt aus Split aus Kroatien und mein Vater aus Ljubljana, Slowenien. Ja. Das stimmt. Und ist das so, dass die sich so ein bisschen, also ich will nicht sagen, nicht mögen, aber so wie wir und die Holländer, dass man sich liebevoll so ein bisschen auf den Arm nimmt? Ich glaube, das ist noch nicht mal liebevoll da. Also die mögen sich nicht wirklich, würde ich jetzt sagen. Wirklich? Wieso nicht? Vielleicht als Beispiel, bei meinen Eltern hat es auch nicht geklappt. Die sind geschieden. Ja, gut, aber das ist ja, naja, aber das muss ja nicht sozusagen völkerrechtliche Gründe haben oder so. Also das ist ja fast normal heutzutage. Ja, das ist ja auch bei Leuten, die im selben Haus geboren werden oder so, dass es da nicht geht. Hast du denn noch Kontakt in diese Länder? Ja, also ich lebe mit meiner Mutter und meinem Bruder in Duisburg, also jetzt in Deutschland. Ja. Und der Rest der Familie, also mütterlicherseits in Kroatien und väterlicherseits in Ljubljana, Slowenien. Und du sprichst beide Sprachen? Ja. Ich bin trilingual aufgewachsen. Trilingual. Slowenisch, Kroatisch und Deutsch. Und Deutsch. Du hast erst mal ein Studium angefangen, bevor du zu Viva gegangen bist. Was? Ich habe mit 18 Abi gehabt, bin dann nach Köln zum Studium gegangen. Ja. Habe mit 18 dann Anglistik und Romanistik angefangen zu studieren, das heißt Französisch, Spanisch und Englisch. Ja. Und da irgendwie war es mir dann doch irgendwie zu früh und das hat mir nicht gefallen, dass dann das Studium in Ordnern zu sehen war. Also die Zeit, die man studiert, ist dann in Ordnern zu sehen und das finde ich nicht gut. Und dann dachte ich mir, ha, versuchst du was anderes. Und dann habe ich jetzt Sommersemester letzten Jahres angefangen in Duisburg, Amerikanistik, Anglistik, also Englisch Literatur und Philosophie zu studieren. Und Philosophie? Ja. Ist das spannend, Philosophie? Also ich hatte mir eigentlich erhofft, dann dadurch besser reden zu können, also zu fasern und zu labern. Aber irgendwie war das nicht so gut, weil da waren wirklich ganz viele ältere Leute, so Omis und Opis, die dann um mich rum saßen. Und in Köln, als ich da studiert habe, da war ich auch in der Mensa und dann saß da auch ein Opi neben mir und dann hat dann sein Gebiss rausgetan und ich wollte gerade essen und das war irgendwie... Ist das wirklich wahr? Das stimmt, das ist kein Witz, das ist wirklich wahr. Der hat auch Philosophie studiert? Ja, ich glaube schon. Das sind wahrscheinlich Menschen, die ein erfolgreiches Berufsleben hinter sich haben und dann nochmal sich ihren Lebenstraum erfüllen, oder? Die Welt des alten Griechenland. Kann gut sein. Dich hat das nicht mehr interessiert? Doch schon, aber ich habe halt jetzt ein Semester Philosophie studiert und da war eher Mathe als irgendwas anderes. Ich habe Logik ein Seminar gehabt, ich habe auch den Schein bekommen, aber es war wirklich Mathe, es war Rechnen, es war nicht so gut. Richtig wahr? Das wäre für mich auch enttäuschend gewesen, oder? Philosophieren ist mehr so, dass man so sagt, die Parkhaus-Philosophie oder so, also das passt nicht so zu meiner Philosophie, wie man heute sagt, da muss man da rechnen. Konntest du das? Sonst hättest du den Schein nicht gekriegt. Oder hast du den Schein gekriegt für alle? Ähm, nee, man musste schon seine Hausarbeiten machen und es ging. Der Professor, der das geleitet hat, der hat auch ein Buch geschrieben und mit dem Buch haben wir gearbeitet und ich habe es mir erarbeitet oder ich habe abgespickt, aber es hat funktioniert dann doch. Jetzt habe ich gerade was gesehen, als du den Arm gehoben hast. Was denn? Ein Tattoo. Wo denn? Am Arm. Wie weit geht das? Welches? An dem Arm oder am neben? An beiden. Dann können wir es mal sehen. Na gut. Wie macht man das so, denn die hat die Jacke über die Schulter werfen, wie geht das? Einfach so ausziehen? Einfach so, lass es so runterkleiden. Das ist nicht irgendwie aufgemalt, das ist echt tätowiert. Ja. Ja? Ist das die einzige Stelle, wo du tätowiert bist? Da habe ich noch was. Eine Kirsche an der Fessel. Zwei. Kann man das irgendwie sehen? Wo? Und dann hier so um den Bauch und um den Rücken rum. Auch tätowiert? Ja. Ist das nicht auch gesundheitsschädlich? Es sind natürlich Eingriffe in die Haut, aber nein, eigentlich nicht. Würde ich nicht sagen. Hast du das mit deiner Mutter vorher abgesprochen? Nein. Nach welcher Zeit hat ihr das gemerkt? Drei Jahre. Nach drei Jahren hat deine Mutter gemerkt, dass du tätowiert? Ja, sie hat es letzte Woche im Fernsehen gesehen, um ehrlich zu sein. Meine Mutter sitzt auch hier, hallo Mama, irgendwo. Ja, aber du wohnst doch noch zu Hause, oder nicht? Nein. Ach so, in der Zeit hast du auch schon nicht mehr zu Hause gewohnt? Mhm. Oder hat es deine Mutter auch nicht gemerkt? Nein. Ich bin langärmlich rumgelaufen im Sommer. Langärmlich? Ja. Ja, aber du musst doch irgendwie mal, was weiß ich, also die Ärmel hochgeschoben haben oder dir die Hände gewaschen oder so. Das hat man nicht gemerkt, drei Jahre lang. Wie hat deine Mutter reagiert? Sie fand es nicht gut. Hat sie geschimpft? Ja. Aufs Slowenisch? Kroatisch. Auf Kroatisch? Mhm. Ist das deftiger als auf Deutsch? Sie kam besser auf Kroatisch flogen. Ja. Mhm. War das schlimm? Ja. Ja. War sie menschlich ertäuscht von dir? Ja, man ist doch als Eltern verzweifelt, wenn, also wenn die Tochter sich... Was würdest du denn sagen? Ich glaube, ich wüsste nicht, ich würde, glaube ich, ausrasten. Wirklich? Und dann? Ich meine, es ist, es ist, es ist schön, aber es ist ja der Wahnsinn. Hast du nicht den Satz gehört, Kind, in fünf Jahren wird es dir so leid tun? Schon, aber man spricht das halt mit sich selbst vorher ab. Mir ist natürlich bewusst gewesen, dass es für immer halten wird. Ja. Und wenn Leute dann zu mir kommen, hey, du hast den Körper ruiniert, dann verstehe ich diese Intoleranz überhaupt nicht. Also, das ist doch meine Zeit. Aber später, wenn du 30 bist und welk und schlaff und es fängt an zu hängen, dann hängt das hier so. Aber vielleicht, es muss ja nicht sein. Also, man sieht ja häufig auch ältere Frauen, die tätowiert sind. Was ist das für eine Sendung, die du da moderierst? Ich mache die Neuigkeiten, die teile ich mir mit Markus Meeske. Die kommen 18 Uhr, dann kommt die Wiederholung um 21 Uhr und um 1 Uhr und um 16.30 Uhr bei Interaktiv. Das war nämlich schon falsch. Das war nicht 17 Uhr, sondern 16.30 Uhr. Und dann mache ich noch den Chartsurfer US und Chartsurfer UK. Also, die englischen Charts und amerikanischen Charts. Verstehe. Verstehe, schön. Das sind tägliche Sendungen? Ja, die Neuigkeiten schon. Und Chartsurfer US und UK zweimal die Woche jeweils. Also, eins und eins. Jetzt möchte ich mal hören, Helmut, wie ist das, wenn man so großflächig tätowiert ist mit der Haut? Was hat das zu bedeuten? Ja, ich habe mal gehört, ich selber kann es natürlich nicht beurteilen, aber es gibt Japaner, die sich ganz körpermäßig tätowieren lassen und denen soll immer kalt sein. Ja, weil die Wärme wohl nicht mehr da richtig angenommen wird. Keine Ahnung. Also, hier im Studio ist es kalt. Hier im Studio ist es kalt. Ja, aber gut, das liegt an der Klimaanlage, aber sonst hast du das nicht gemerkt. Nee. Dann schwimmt es vielleicht nicht oder du bist nicht großflächig genug tätowiert. Aber ich meine, es sieht schön aus. Willst du dich noch weiter tätowieren lassen? Möglicherweise. Nein. Wirklich? Vielleicht. Bist du liiert? Hast du einen Freund? Hm... Wird nicht verraten. Das wird nicht verraten? Nein. Das soll mysteriös bleiben. Das soll mysteriös bleiben. Ist er verheiratet? Ich? Nein. Nein, ich meine der Freund. Achso. Nein. Interessierst du dich für Politik? Ein bisschen. Du kennst aber die Prostparteien und so, ja? Ich würde sagen, das hatten wir noch nie. Eine tätowierte Viva-Moderatorin, lies mal bitte das Ergebnis unserer Wahlumfrage heute im Publikum vor. Vielleicht so, dass man... Ja, das hat was. So könnte die Politik eigentlich nochmal ganz andere Zielgruppen gewinnen, oder? Mhm. Das ist das Ergebnis der Umfrage heute. Die Damen und Herren haben wieder abgestimmt vor Beginn der Sendung. Jelena, bitte. Mhm, für alle die, die es da nicht lesen können. Wahlberechtigte 244, gültige Stimmen 232, Wahlbeteiligung 95,1%. Das ist gut, das ist sehr viel. Mhm. So, jetzt die einzelnen Parteien bitte. CDU, CSU 31%. SPD 25%. Äh, Grüne 16,4%, FDP 20,7%. Hilfe! Hilfe! Furchtbar! Und die PDS 6,9%. Die sind konstant geblieben. Die FDP stürzt ab, was ist da passiert? Tja. Wir werden das erforschen. Gehst du wählen? Ja. Du weißt doch schon was? Wird auch nicht verraten. Ne, natürlich nicht. Wir haben freie und geheime Wahl. Das war sehr interessant. Ist schon vorbei? Ja. Nein. Ja, hör mal, das war eine Viertelstunde. So ein Quatsch. Ja, na, hundertprozentig. Wieso denn? Wie lautete die Anklage? Für dich? Richter Harald. Freispruch. Wegen erwiesener Unschuld. Sehr gut. Danke dir. Viel Erfolg. Alles Gute. Wir den Namen, einen Namen, Herrn. Morgen Abend bei uns zu Gast. Schia Hommelsheim. Ja. Synchro Lilo und Stitch. Was bedeutet das denn in etwa? Ich glaube, er synchronisiert das. Ist das ein Mann? Aber das wird uns mal morgen erzählen, oder? Bitte? Würde ich jetzt sagen. Das sehen wir morgen. Das sehen wir morgen. Ist das ein Mann? Ich glaube. Heißt er Schür oder Schür? Nein, das ist ein Mädchen. Das ist ein Mädchen. Ein elfjähriges Mädchen. Ein elfjähriges Mädchen? Und, meine Damen und Herren, der neue Mann bei Wetten, dass Sebastian Deile. Dankeschön. Bis morgen Abend. Gute Nacht. Danke dir. Danke dir.